Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu jQuery. Heute geht es so richtig los. Letztes Mal haben wir das Ding nur eingebunden, haben uns angeguckt, was man alles machen kann. Wir haben hier diese wunderbare Funktion gebaut, die uns sinnloserweise einfach einen Paragrafen verschwinden lässt. Das lässt sich natürlich mit mehr machen und ja, jetzt gehen wir erstmal an, was wir hier machen wollen. Okay, also wir behandeln heute Selektoren. Was dieses ganze Document Ready, bla 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 alles zu tun hat, das werden wir alles noch machen. Keine Sorge, wir machen heute aber nur diesen inneren Teil der ersten Dollar-Klammer. Das heißt einmal Dollar-Klammer auf Document und Dollar P und Dollar This hatten wir auch schon. Okay, naja, was macht das alles? Was wir hier haben ist ein Selektor, so heißen die Dinger in der Fachsprache möchte man sagen. Und was die machen ist im Prinzip ähnlich wie in CSS. Sie picken uns ein Item auf unserer Website raus. Das heißt, dieses Document ist einfach unser komplettes Dokument. Also es selektiert einfach unsere Webseite und sagt, wenn die fertig ist mit Laden, dann führe diesen Code aus. Und dann sagt dieser Code, okay, ich wähle mir ein Element, nämlich P, alle Paragrafen und wenn da drauf geklickt wird, dann führe diesen Code innen drin aus. Das ist jetzt schon so ein bisschen mehr, als ich heute eigentlich machen wollte, aber das brauchen wir glaube ich so am Anfang. Und dieses This, dazu werden wir wahrscheinlich nochmal gesondert was machen. Man könnte auch in dem Fall jetzt einfach P schreiben. Wäre zwar ein kleiner Unterschied, würde aber trotzdem diesen Paragrafen hier unten verschwinden lassen. Wir werden darauf noch zurückkommen. Okay, also was wir hier drin haben, ist ein normaler Selektor und der selektiert uns nach hier unten den Tags. Das heißt, wie in CSS auch. Wenn ich in CSS ein P schreibe, dann selektiert mir das jeden einzelnen Paragrafen. So ist es hier auch. Wir selektieren hier jeden einzelnen Paragrafen. Wunderbar. Was wir auch machen können, ist logischerweise, wir können hier, keine Ahnung, irgendwie ein Diff schreiben oder sowas. Dann selektiert uns das ein Diff. Was wir aber eher wollen, ist höchstwahrscheinlich irgendwas mit ID zu selektieren. Das heißt, sagen wir mal, dieses Teilchen hier hat jetzt die ID Test. Und jetzt wollen wir hier nach dieser ID Test suchen. Dann wird das so nicht funktionieren. Weil so können wir nicht unterscheiden, ob das jetzt ein Element ist. Das heißt, irgendwas mit einem Tag Test. Oder ob das jetzt tatsächlich eine ID ist oder vielleicht sogar eine Klasse oder was auch immer. Und was man stattdessen benutzt ist, wie in CSS auch, wir machen einen Hashtag vorne dran. Sprich, wir sagen hier Teppichzeichen und Test oder Hashtag Test einfach. Und das bedeutet dann, okay, alles mit der ID Test, also genau ein Item, weil eine ID ist eindeutig. Dieses Item wird selektiert und wenn man da draufklickt, dann passiert irgendwas. Ich zeige euch gerade mal kurz den Unterschied. Jetzt machen wir hier einfach noch ein Paragraph rein. Dies ist ein zweiter Paragraph. Okay, so, jetzt aktualisieren wir mal die Seite. Und jetzt haben wir hier dieses ein Paragraph und dieses ein zweiter Paragraph. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, dann verschwindet ihr einfach komplett. Aber wenn ich hier draufklicke, passiert gar nichts. So, jetzt nochmal zum Vergleich. Was passiert, wenn ich hier den normalen P rein tue und dann aktualisiere? Dann habe ich hier, wenn ich draufklick, verschwindet er. Aber wenn ich hier draufklick, verschwindet er auch. Sprich, diese Klickfunktion wird auf jeden Paragraphen draufgetan. Während wenn ich hier Hashtag Test schreibe, dann wähle ich nur dieses Ding hier aus und nur dieser Paragraph bekommt dann diese, wenn ich draufklick, dann passiert das und das Funktion. Also nur dieser Paragraph bekommt die Funktion draufgetan sozusagen. Und der hier, der wird völlig ignoriert, weil der eben nicht diese ID Test hat. Jetzt mit einer Klasse ist es natürlich ähnlich. Hier kann ich einfach dann einen Punkt vorne dran schreiben. Sprich, ich habe alles selektiert, was diese Klasse Test hat. Also hier muss dann eben klar stehen. Das ist von ganz normalen HTML-Klassen und IDs. Die solltet ihr kennen. Sonst wird das jetzt gerade schwierig sein für euch. Die würde ich euch einfach mal kurz empfehlen. Gibt es auch bei mir auf dem Kanal in der HTML-Playlist. Okay, so. Jetzt haben wir hier drei Möglichkeiten gehabt. Jetzt haben wir aber noch ganz komische Sachen wie zum Beispiel Document und This. Was macht das alles und warum muss das nicht in diesen Anführungszeichen stehen? Naja, also es geht ein bisschen weiter. Wir können nicht nur sowas selektieren, sondern wir können auch Spezial-Sachen selektieren. Und zwar zum Beispiel alles. Das heißt, wir haben hier, Achtung, der ist jetzt tatsächlich noch in Anführungsstrichen ein Sternchen in der Mitte. Und dann wird einfach wieder alles selektiert. Sprich, es ist egal, was für einen. Ich kann es euch gerade mal kurz zeigen. Wir packen jetzt hier noch eine Headline rein. H1 Überschrift oder sowas. Und jetzt sagen wir, mit dem Sternchen selektieren wir alles. Sprich, unabhängig vom Tag, unabhängig von der Klasse, von der ID. Die wir sagen einfach, wir wollen alles. Und jetzt verschwindet auch tatsächlich alles. Also wenn wir draufklicken, dann verschwindet alles. Warum verschwindet jetzt alles? Naja, wir haben auch zum Beispiel den Body selektiert. Sprich, den Hintergrund. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, verschwindet der auch. Also der komplette Hintergrund verschwindet. Damit müsst ihr vorsichtig sein, was ihr hier macht. Also sowas wie ein Hide wollt ihr wahrscheinlich da drauf nicht haben. Aber wir können auch so Sachen machen, wie, sagen wir mal, diese Headline hier hat noch die Klasse Test. Ups, Klaas ist gleich, ach komm schon, ist gleich Test. So, jetzt hat dieser Paragraph hier und die Headline die Klasse Test. Jetzt wollen wir aber nur, dass der Paragraph mit Test selektiert wird. Und dazu sagen wir einfach, okay, wir sagen, es wird ein Paragraph selektiert und er muss die Klasse Test haben. Das heißt, wir haben hier ein P.Test. Also ein Paragraph mit der Klasse, ups, mit der Klasse, deswegen der Punkt Test. So funktioniert das Ganze auch. Wenn ich das jetzt aktualisiere, dann wird meine Überschrift wieder ignoriert. Das ohne die Klasse wird ignoriert, aber der hier, der verschwindet trotzdem. Wunderbar. So, jetzt kann ich natürlich Sachen machen, wie ganz verrückte Dinge. Alles, was ein Attribut hat, alles, was ein bestimmtes Attribut hat, und dazu nehmen wir die eckigen Klammern, Achtung, das sind eckige Klammern, ich zoome gerade mal ein bisschen mehr ran, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser auch noch sehen. Alles, was ein Attribut hat, sprich zum Beispiel href, das wäre dann vielleicht interessant, in unserem Fall nehmen wir jetzt einfach das Klassenattribut, also alles, was irgendwie eine Klasse zugewiesen bekommen hat, das, ähm, habe ich gespeichert? Ich glaube, ich habe nicht gespeichert. Das bekommt, ähm, die Funktion zugewiesen und jetzt kann ich hier draufklicken, das hatte keine Klasse, das hatte aber eine Klasse und das hat auch eine Klasse gehabt. Das heißt, wir können so alles selektieren, was ein spezielles Attribut hat. Macht natürlich am meisten Sinn, wenn wir sowas machen wie href. Das bedeutet nämlich, ähm, alles, was irgendwie ein Link auf irgendwas hat, sprich alles, was ein Link ist, ähm, da wollen wir dann irgendwas Spezielles machen. Kann man auch wieder kombinieren, zum Beispiel können wir sagen, alle Links, also alle As, die, keine Ahnung, zum Beispiel Target gleich, ähm, Bodenstrich Blank haben, also alle Links, die in ein neues Fenster öffnen, mit denen wird jetzt irgendwas gemacht, die werden zum Beispiel jetzt versteckt oder sowas, wenn man draufklickt. Keine Ahnung, sowas in die Richtung kann man damit machen. Okay, ähm, jetzt können wir noch ganz andere Sachen machen. Wir können auch ein bisschen mehr kombinieren. Und zwar sagen wir mal, wir haben eine Liste. Dann brauchen wir vielleicht nur die Unordered List. Also wir haben jetzt eine Liste, die ist nicht geordnet und eine Liste, die ist ordered, also eine UL und eine OL. Wir wollen jetzt nur alle Elemente, und zwar alle Listen-Elemente innerhalb dieser Unordered List. Naja, was machen wir stattdessen mit diesem komischen Punkt und so weiter? Wir sagen einfach, hier kommt nichts hin. Hier würde ja, wenn wir eine Klasse haben wollen, würden wir ja einen Punkt schreiben. Aber in unserem Fall kommt einfach nichts hin, weil wir einfach alle Listen-Elemente haben wollen und dann sagen wir LI dazu. Ziemlich cool. Jetzt habe ich einfach alle Listen-Elemente selektiert, die in einer Unordered List sind. Kann ich natürlich auch kombinieren, indem ich hier sage, ich setze ein Hashtag davor und sage, meine Liste, dann nehme ich alle Listen-Elemente aus meiner, aus meiner Liste, also aus der Liste mit der ID meine Liste. Das ist enorm praktisch und spart wirklich sehr viel Arbeit. Vor allem, wenn man nur das erste Listen-Element möchte, dann kann man auch einfach sagen, Doppelpunkt first. Fertig. Und schon hat man das erste Listen-Element hier einfach durch einen einzigen Selektor quasi bekommen. Hier mit diesen Selektoren könnt ihr wirklich sehr gut rumspielen und ausprobieren, was ihr da gerade so bekommen habt. Ja, okay. Jetzt habe ich natürlich noch dieses Dokument. Dazu werden wir, oder das habe ich euch eigentlich schon erzählt, das ist im Prinzip mein ganzes Dokument, sprich meine Webseite. Wenn die fertig geladen ist, dann machen wir irgendwas. Ups, das wollte ich natürlich nicht. Gut. Jetzt noch zu diesem This. Wir hatten hier erstmal ein P stehen und das bleibt jetzt auch erstmal so. Jetzt dieses This. Was macht das? Okay. Also, wir hatten uns hier einen Paragrafen selektiert. In unserem Fall waren es jetzt auch zwei. Und jetzt sagen wir hier Punkt-Klick-Function. Also, wenn ich auf diesen Paragrafen draufklicke, dann passiert das hier. Das ist im Prinzip das, was da steht. Okay. So, naja, was soll das jetzt tun? Es soll This nehmen und es verstecken. Zu diesem Hide und so weiter werden wir noch kommen. Jetzt geht es erstmal um dieses This. Was tut das? This sagt sozusagen, über diesen Paragrafen bin ich ja hier reingekommen. Sprich, diese Funktion hier, dieses Hide, wird ausgeführt auf einem Paragrafen. Es wird genau ein Paragraf versteckt. Sprich, dieser eine Paragraf soll versteckt werden und nicht alle Paragrafen. Das wäre das hier. Dann würden alle Paragrafen versteckt werden. Und ich zeige euch gerade mal kurz den Unterschied. Ich aktualisiere, wenn ich hier nur einmal draufklicke, werden beide auf einmal versteckt. Sprich, dieses P nimmt mir beide Paragrafen, also alle Paragrafen, die ich so finden kann. This sagt mir jetzt, ich hätte genau gerne diesen Paragrafen, auf dem du diese Funktion ausführst. Das heißt, der Paragraf, auf den ich gerade draufklicke, der wird versteckt und alle anderen werden ignoriert. Das macht This. This ist so ein bisschen schwierig zu verstehen am Anfang, glaube ich. Aber wenn man damit ein bisschen rumgespielt hat, man selektiert immer genau das, auf dem man gerade was macht. Also auf dem man gerade arbeitet. Wenn ich jetzt hier ein This machen würde, statt diesem P, also so, dann wäre ich auf meinem Document. Sprich, weil ich jetzt hier über dieses Document die Ready Function aufgerufen habe, wäre ich dann wieder im Document. Und wenn ich jetzt aber hier P eintrage, dann sage ich eben, okay, es gibt zwar mehrere P's, aber ich nehme nur dieses P, auf dem gerade die Funktion ausgeführt wird. Ja, gut, das ist erstmal alles zu Selektoren, was ich so für euch habe. Jetzt im nächsten Schritt wollen wir dann natürlich die Events uns angucken. Und ja, ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.